Das sollte man auch gut ausgehen. Machst du dir gerade eine Karte oben? Nein. Ich habe einen Barsica schlecht. Hälge, oder Banane. Oder Spasschchart. Ja, das bringt ihn nicht um. Ja, Spasschart, Spasschart, Spasschart. Ich weiß nicht wie man steuert. Einmal X-Grucks und dann fliegst du mit links-rechts Was heißt? Mit D wahrscheinlich, oder? Mit D und A einfach, ja. Also du und jetzt nochmal und jetzt ja. Genauso. Was ist denn passiert? Wieso hat der Auftrag? Ich mache jetzt einen King-Move, gell? Ich versuche es. Zack. King up, ja. King up mal ein bisschen. Zack. Ja, passt. King up. Du musst nach oben fliegen. Du musst W-A-S-D. Wahnsinn, du musst fliegen auch, gell? Und jetzt vermutlich A. Ah! Eis-Op. Eis-Op. Ehm. 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 Kann man machen? Wie ein Arbling. Ich bin leider noch ziemlich schlecht im Fliegen, aber. Ich bin so dead, oder? Erst wenn der P-W geht's, auf keinen Fall. Kann man das jetzt entstören? Das ist ein Himmel? Oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 NO! JA, E aber, dass du armst geworden? Wie hab mir doch, HIh, wenigstens es aimtis nur in A Richtung? Das Frau wollte ich das Reste mit zum Finger. Es trat sich vor auch schon langsam rüber. Was? Was? Das schau wieder, ja? FUNKERBUSTER, oder was? WIE, DAS EXPLORDIET NET! Na doch, er war erst da unten. Ich hätte gedacht, dass das ihn bei Exit trifft und er ihn halt runterhaut. Ja, er hätte, dass er ihn halt treffen müssen. Oh nooo, ich brauch Schettpail! Ja, ich hätte gedacht, dass das mit Annäherung verzieht. Man muss wirklich Directed an. Da drüben ist man das hier. Hallo, hallo, hallo! Was ist die Tragen? Was ist die Tragen? Das wird die Arme auf dem Weg nach oben begeben. Wenn man dann nicht drinkt in die nächsten Runden. Wie funktioniert das? Mein Arme auslösen und dann mit WASD vielleicht? Ja, mit X und dann mit Joystick nach oben. Der arme Luki, der seid an der Stundze. Schau mal. Der hat die Gamble-Spray. Schau den nur Reddit, das ist falsch. Crazy fucking Videos. Mit 50 kommst du noch weit. Oha, Banane. Boah, du würdest dich so selber killen, wenn du dich hast. Ich kann Banane. Ich kann Banane. Du bist so down. Er trinkt. Er trinkt einfach. Oh mein Gott! Der Mischi Disconnected komplett. Das war doch falsch. Okay. Der Mischi. 2.38 geschaut. Es war der falsche Knull. Wussi. Schubestauf kannst du steuern. Das fliegt auch noch. Oh mein Gott. Hä? Das schaut angenehm aus. Was macht das? Der richtet gerade ein bisschen ungut auf mich. Hä? Okay. Der fuck off. Auf gemütlich halt. Na mein Armerwurm. Es ist einfach der Werkser Overkill gegen Arme. Oh, what the fuck. Was? Was ist das für ein Scheiss? Die sind schon wieder alle auf einem Fleck. Das gibt's doch nicht. Warum hast du das Geschäft da oben Fuß gehäußern? Ja. Hallo. Hallo. Wieso werde ich nicht verteilt meine Armerwürmer? Das ist so wack. Wie magst du nicht nur mehr verteilen, Bro? Schau mal, die drei Armerwürmer sind alle auf einem Fleck. Achso, deine drei. Ja, das ist ungünstig. Schau dir das an. Ich dachte mal, ich hab drei Deaths. Oh mein. Hä? Wer gibt's noch? Wie tue ich denn das? Wie tue ich denn das? Ändern, hallo? Wie Kai denn? Hast du das genau angeschaut? Ja, aber wie Kai? Achso. Na, Flohle. Ja, wow. Das ist super. Das sind mal fünf Frakes und drei davon sind von mir. Ja, geil. Ja, geil. Achso, das war ja nicht so. Oh, die leben alle noch. Die leben alle noch. Die leben alle noch. Was ist denn, als die die Würmer irgendwie absichtlich nicht treffen? Achso, die Würmer werden nicht... Ah, okay. So ist das. Okay, das hab ich nicht checked. Ja, genau. Er tut ihn am Panzer heute, ey. Hm, ja. Hä? Wie genau kann man das nicht steuern? Das kann man nicht gut steuern, irgendwie. Doch. Ja, kann man. Ja, what the fuck. Das kann man nicht steuern. Das kann man nicht komplett über die ganze Welt. Otto. Oh, die kann jetzt schon wieder der. Achso, ist ein anderer. Oh nein, was kommt jetzt? Alter, die Embers sind so am crying. Jetzt Banane. Der Heilige. Der Heilige. Der Heilige. Der Heilige. Was nimmt der Britz? Oh, Baby. Die Heilige. Die Heilige. Na, das ist jetzt so dry hard. Das wird zum... Jetzt kommt der Baseballschläger. Ich kann's, ich sieh's schon. Ja. 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 Oh, jetzt hat's den Eichemap wieder fünf ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow, der. Es ist ja mega gut gemacht. Wo steht meiner? Ist der irgendwo sehr... Okay, meiner steht das erste Eichemap. Ja. Ja, ja. Ah ja. Fui, ja. Ich bin einfach da ins Haus reinig, okay? Fui, ja. Der gefreit sich auf einen Besuch. Oh, nicht zu mir abspringen, Juni. Oh, oh. Oh, Baby. Nazi-Suicide-Mission. So viel dazu. Nach rechts schauen und Double-Jump. Double-Jump, Double-Jump. Oh, damn. What the fuck? Out. Damn. Aber da ist, John, ich hab keine Hand frei für das. Ist wirklich nett. Ist hier gar nix. Ist hier nix. Er nimmt was anderes. Irgendwas anderes in Hand. Ah, da kommt er aus. Na, na. Call it, call it. Call it, call it. Call it. Call it. Hey, aber... Die heilige Granate wird Unterarm unten, gell? Unterarm. Das unten. Ja, die fängt mich trotzdem an. Na. Aber die macht sicher nicht so viel Schaden. Geil. War der? Ich glaub schon. Damn. Aber dann kommt die nächste Granatenleine. Ist eh wurscht. Aber wie hat der Typ 200 Leben, Bro? The fuck. Der Typ ist einfach ein halberes Ding. Den werden wir eine Stunde lang nicht killen können jetzt. Jaaaa. Riskierst du das jetzt? Okay, ich würd's schon sagen. Na. Dass die Granaten irgendwo ankommt, einfach wieder zuglägt. Oh mein Gott. Das ist einfach mal schick. Das ist einfach mal schick. Ähh. Constantine im Verz... Oh. Ist hier jetzt eine Selbstspot-Aktion. Oh mein Gott. Flickter Typ. Nein. Direkt in die Heel, in die Heel. Direkt in die Heel. Sehr gut. Wie eben's hat... Ich muss versorgen, wie ist keiner gestorben. Also ich glaube, das müsste jetzt ein leichter so bleiben. Ja, geh auf dem Weichsel. Wenn du mich anschließt, dann bewege ich mich und dann werde ich auch noch vom Central ausgeschossen. Da! Er droht. Opa! 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 Wieso? Sprich auf einmal so weit! Ich habe nicht einmal Double Jump gemacht, sondern in den normalen, dass ich da oben Das ist so dumm. Schauen wir mal in diese Richtung. Der ist noch nie gebannt worden. Was ist denn das da oben für ein Kanon, Alter? Hast du's? Oh mein Gott, na, Alter. Ich weiß nicht, kann ich mich nehmen, oder was? Hä? Auch. Was ist das? 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 Was? Ich lebe. Ich lebe denn dann? Ich lebe. Das ist geil, Alter. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. WTF? Das gibt's vielleicht was ich gekriegt habe Jungs Was ist das? Bist du kroat? Das ist die Queen herself Die Oma? Her Majesty Die Queen Her Majesty Die Queen Elisabeth Na! Aaaaaah 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 I hab gedacht ich hätte da hoch einfach Ich bin dahin, oh mein Gott I bin behindert Und? Na ja das ist ja kaum mit wild an, wie ist denn bei der Durchmutter? Dann bist du irgendwie aufgefallen oder was ist das okay? Die Handcronnete im Gepäck schon Ey, jetzt ist ein anderes Jetpack, oder? Normal Ummovement, Flo, ummovement Ja! Ja! Nein, nein, halt Aber es ist treuig Ich sage nichts Er hat die Ultra-Safe-Sepose da links oben Das wäre der One-Shot gewesen außerdem, geil Ganz schlecht Der Mode schaut lecker aus Den trifft du ziemlich safe Ich wär alle drei wie immer unten und fack Ich hoffe nur, dass das Frank Sinatra nicht stirbt Ja, oh, nein, der ist Oh, nein, oh Das ist genau das Das ist wingerlich Ja Der Arsch Der Arsch Der Arsch Der Arsch Das ist halt so behindert, dass die Stein-Struktur über ihm so weg von dem Loch geht Das hat ihm schon Arme gerettet Nein, nein Nice try, aber das geht dann nicht durch Okay Das geht voll easy Nein, das schaffst nicht Nein, wie willst du denn jetzt schießen? Der Arsch Ich hab's gewusst 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 Oja, scheufe ich mit dem Haken ab Nein, vielleicht sind das nicht 70. Ich bin tot. Ja du lakender Maasen. Ich gebe ihn auch da. So, wo ist mein letzter? Ich habe nur zwei. Ich sollte ein bisschen Patrick gehen vielleicht. Ne, bewegen, Luki. Ich habe mich nur noch links getraut. Nein. Du hast auch den geschossen. Das ist ein guter Rundgang. Der Motor ist da. Die Sentries sind fühlst du gut. Was ist das? Das ist ein Sentrieser. Das ist ein Sentrieser. Stimmt, er hätte da einfach rüber mit so einem Stolter an der Stolter an. Jetpack zum Luki anschließen. Das ist ein guter Rundgang. Ah, Leute. Was soll das brauchen? Schaut doch Geld auf die Erde weg. Ja, Funkerbomb. Die werden die in CS überhaupt. Das ist ein guter Rundgang. Ich habe auch noch einen Rundgang. Ich habe den Weg gelandert. Ich habe den Weg gelandert. Ich habe den Weg gelandert. Ist das die Range? Ja. Das ist eben ein Rundgang. Mensch. Du musst schießen. Ich habe den Weg gelandert. Ich habe den Weg gelandert. Das ist ein Rundgang. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017